wir kommen heute mal wieder zu einem blick durch die clicker idle und incremental games so das nächste spiel ist real revolutions und ja schauen wir mal was da jetzt als update dazu gekommen ist nomad assimilation das heißt das ist jetzt schon das dritte volk next i plan to add several new buildings okay das kommt dann als nächstes dazu das heißt das hier ist so ein screen an dem wenn ihr die assimiliert habt und punkte zur verfügung habt ihr assimilation gibt es einen punkt dann könnt ihr hier boni dazu kaufen die boni können nach jedem großen reset nach jedem reset konnten die neu vergeben werden das einzige womit ich mit dem spiel also hier bei den elf assimilation bin ich im moment in step 3 das als zwei assimilation habe ich mit denen schon gemacht und die große schwierigkeit bei dem spiel ist im moment ich finde ich so immer den richtigen punkt wann ich eigentlich jetzt resetten soll weil es so viele ebenen gibt auf denen resettet werden kann also das eine ist das haben wir schon am anfang bei den ersten versuchen gemacht dass ich hier mit dem diskontent aber eben für jede ebene das heißt wenn ich jetzt für die den bonus will muss ich für die resetten und das für die anderen habe ich dann natürlich keinen weiteren bonus das gleiche gibt es jetzt hier auch noch für die army und die army ist notwendig eben für diese kämpfe hier die hier gegen diese verschiedenen monster geführt werden und diese kämpfe sind notwendig ihr seht hier brauche ich noch zwei und von der kuba brauche ich noch acht das problem ist dass die sich halt auch jedes mal deutlich erhöhen jetzt habe ich exponent hoch 17 mal gucken wie weit ich damit komme dann gibt es verschiedene mechaniken wie zum beispiel hier die magic staffs die kriege ich nur zur verfügung wenn ich natürlich das passende gebäude kaufe in dem fall das masterhaus es gibt aber auch ein gebäude das schaltet mir magie frei dann habe ich aber eventuell die magic nicht zur verfügung und 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 also es gibt gibt ein paar kreuzabhängigkeiten manches am anfang war wachs da waren gebäude schon verfügbar die gar nicht hätten verfügbar sein sollen das ist inzwischen gehoben es gibt auch inzwischen einen echtgeld shop der in einfach nur geschwindigkeitsvorteile bringt indem man hier sich solche portions kauft und ihr seht ja was diese portions dann letztlich an vorteilen zu bieten haben ist jetzt aus meiner sicht nicht notwendig man kann das spiel tatsächlich einfach so weiterspielen das ist dann einfach nur die möglichkeit eben den entwicklern tatsächlich geld zukommen zu lassen oder vielmehr dem entwickler es ist ja eigentlich nur einer anscheinend die schwierigkeit ist jetzt wie gesagt so den richtigen punkt zu finden ja warte ich jetzt noch ein bisschen weil auch wenn ich zum beispiel hier die assimilation mache gibt es ein komplett reset das heißt dann sind auch alle discontent sachen wieder weg das macht es im moment so schwierig neben dem ganzen aufbau weil wenn ich jetzt schon ein paar tage investiert habe hier nach und nach die level die gebäude hochzuleveln die leute zu kaufen meine army zu verstärken so hier lohnt sich das natürlich die sportmen zu kaufen weil jetzt der begrenzende faktor tatsächlich wieder mal das essen ist weil lange vorher war es jetzt tatsächlich so also wenn ich die elfen nicht assimiliert hätte könnte ich mir die shooting range nicht kaufen und ohne die shooting range könnte ich mir die archer nicht kaufen die sozusagen von den elfen abhängen sie sind auf jeden fall deutlich günstiger ihr seht ja die kosten der 10er potenz weniger deswegen sind die vorher schon sehr hilfreich um viele battle power zu sammeln aber ab einem gewissen punkt wie jetzt aktuell wo sie es gerade wieder gedreht hat bzw zumindest in dem aktuellen stand weil wenn ich natürlich wieder geld ausgebe so hier als erstes mal eine interessante strategie wenn ihr einen von den staffs benutzt die ihr gerne schnell wieder aufgeladen haben wollt es gibt hier nämlich ein restore chart das heißt der lebt irgendein random auf aber natürlich nur die die nicht aufgeladen sind das heißt wenn ihr jetzt eben so wie ich gerade nur den food benutzt habt den höchsten den ich ja aktuell nutzen kann also mit hoch acht und ihn dann nutze dann ist genau der wieder aufgeladen also das ist soweit sinnvollen bestimmten gezielten staff dann zu nutzen um den dann aufzuladen und dieser button hier ist wiederum ein feature aus den ja der kommt über die elf assimilation das heißt damit kann ich ihm diesen button zum beispiel zur verfügung stellen dass ich den nutzen kann und sagen kann okay alles aus einem alles darfst ausgelöst und die boni einkassiert und dass dies darf sich glaubt zehn prozent schneller oder sowas aufladen so jetzt ist hier zu schauen also ich habe jetzt hoch 31 an gold das heißt die beiden kann ich mir auf jeden fall nicht leisten dass city walls auch nicht so 11 kann ich machen dann kriege ich ein zuletztes privat per monster das ist wieder das problem das ist jetzt noch aus wenn ich die an machen also hier mit 1 hoch 5 das ist weniger als was ich in der zehnte sekunde bekomme das heißt food ist an der stelle irrelevant was im moment die boni angeht da gibt es auch möglichkeiten das mit anderen gebäuden zu buffen bei gold mit 1 hoch 25 ist auch eine 5 25 das ist das was ich in einer halben sekunde zusammen bekomme was sie haben kann ich jetzt ein auto collect machen das heißt selbst mit dem höchsten monster die anderen monster geben entsprechend weniger lohnt sich das eigentlich nicht jetzt wegen dem extra reward die kohle auf den kopf zu hauen so das andere sind hier natürlich bei denen habe ich über das problem die könnte ich mir zwar leisten aber nur wenn ich genug leute hätte und genau das habe ich halt nicht das heißt hier kann ich noch mal schauen ob ich jetzt den stable kaufe dann kriege ich wieder ein pferd mit dem pferdchen kann ich dann hier die anzahl halbieren das heißt ich brauche dann noch 4,3 hoch 11 wo ich allerdings auch noch meilenweit entfernen würde hier komme ich gerade mal auf 1 hoch 11 also auch da kriege ich jetzt noch keinen bonus um dann das food wieder zu erhöhen und so weiter und so fort was ich hier jetzt noch machen könnte ich kann jetzt den unteren hier noch mal aktivieren das heißt die basis komme ich dann mehr gut vom ferritri bekomme ich 1,63 hoch 5 das heißt es sind knapp zehn prozent mehr als ich aktuell bekomme und dafür aber eben die hälfte von dem food aus also letztlich auszugeben die ich dann nicht in die soldaten investieren kann aber ich mache jetzt trotzdem mal einfach an der stelle weil das mit dem soldaten jetzt ähnlich so entscheidend ist im moment weil die haben ja eh schon ganz ordentlichen multiplikator dort so das heißt hier kann ich jetzt eh nicht allzu viel machen genauso wenig wie hier die sind jetzt auch alle so am maximum und die cola habe ich jetzt schon so weit auf den kopf gehauen so hier ist eine schon aufgeladen das heißt das einzige was jetzt noch machen kann ist einfach die kämpfe durchzugehen mit 1 hoch 17 habe ich hier zumindest ein paar möglichkeiten das kann ich noch mal gucken inwieweit sich hier eigentlich die werte erhöhen scheint sich nicht wirklich zu erhöhen so kann ich hier schon mal bis 1 16 gehen das ist nämlich so eben die überlegung deswegen habe ich jetzt schon seit einigen tagen auf den reset verzichtet und stattdessen eher die armee aufgebaut um mehr armee punkte zusammen zu bekommen um letztlich ein reset vorzubereiten für die elf assimilation so ihr seht ja die kurva braucht jetzt noch vier das heißt es ist durchaus erreichbar mal gucken wie hoch ist jetzt das ist doch es verdoppelt sich jeweils ich war mir nicht ganz sicher aber ja die zahl verdoppelt sich jeweils und ich habe jetzt nur noch sechs hoch 16 das heißt zwei kann ich jetzt noch machen aber das heißt mit dem 1 hoch 17 oder mit dem x hoch 17 was halt vorher da war sollte es mir auf jeden fall gelingen dass ich tatsächlich eben die elf assimilation abschließend deswegen mache ich mit euch heute jetzt hier kein reset weil ich natürlich dann einfach die nächsten tage jetzt weiter laufen lasse um dann die nächste elf assimilation abzuschließen und erst wenn die abgeschlossen sind also drei mal muss ich das gemacht haben dann kann ich steck mir die droid zur verfügung da habt ihr jetzt natürlich nicht den stream geschehen sondern nach den droids gibt es eben noch ein weiteres folg das ist kein normales feature von dem spiel sondern das ist so eine kompensationsgeschichte weil er eben ein paar sachen ändern musste und sachen zurückgesetzt wurden weswegen ich ja 5000 tics bekommen habe und die dienen einfach dazu das spiel ein bisschen zu beschleunigen im moment wenn ich die jetzt natürlich jetzt nicht auf brauchen weil es sowieso relativ lang dauert das lohnt sich eher gerade am anfang wenn das spiel also wenn ich jetzt gerade wieder dann mit den elfen in den nächsten tagen ein reset gemacht habe dass ich dann wieder von ganz ganz unten anfangen muss wo ich halt hier wieder überhaupt keine boni mehr habe also hier habe ich den habe ich komplett übersprungen und hier habe ich jetzt dann nach und nach boni eingesammelt und mich dann auf dem konzentriert ich weiß gar nicht mehr den ein oder zwei mal auf jeden fall dann resettet habe um letztlich den sowieso mit dem höchsten gold zumindest zu dem zeitpunkt dann einfach den entsprechenden bonus zu verpassen das heißt am anfang lohnt es sich relativ schnell zu resetten um eben vernünftige diszent multiplikatoren zu bekommen und danach ist es im moment meine strategie eher länger auszuharren und dran zu bleiben um so eine assimilation eben zu bekommen weil die multiplikatoren später irgendwie immer weniger ins gewicht fallen aus meiner sicht da lohnt sich eher das weiter auszuharren und dann auch immer ein bisschen gucken vor allem wenn ihr jetzt mehrere gebäude eben zur verfügung habt wie ich zum beispiel jetzt durch die elf assimilation mal sehen ich denke das werde ich in einer der nächsten folgen hoffentlich dann machen können zu schauen was es bedeutet wenn ihr den einen oder anderen fahrt einschlagt weil es zum beispiel hier gibt es nämlich die eine sache mit der shooting range ich glaube da gibt es nämlich die möglichkeit ja die chaos zu benutzen ich glaube das hatte ich auch in einem der anderen wieder schon mal benutzt und mit den kühen konnte ich dann die food produktion steigern die konnte ich dann zum beispiel hier rein tun wenn ich die normalen menschenfelder benutzt habe bei den tree of ferries funktioniert das nicht das heißt dann konnte ich hier war das pferd lassen wir mal gucken genau hier gab es die pferde also wenn ich nämlich hier dann die kühe hatte dann konnte ich die kühe entweder bei den kühen rein tun um mehr kühe zu bekommen und es gab glaube ich noch eine noch ein townhall oder irgendwas wo ich die auch benutzen konnte um bonus bekommen der allerdings nicht so relevant war da war eben er das sache ihr müsst dann gucken welche boni die gebäude mit sich bringen und ob die miteinander harmonieren also eben in dem fall die elfen gebäude sind besser mit den elfen gebäuden weil ich sonst eben keine verwendung sinnvolle verwendung für die kühe hätte also soweit heute eine rückmeldung von realen revolutions das spiel entwickelt sich es gibt neue features und die strategien sind aktuell noch etwas schwierig zu entwickeln wenn man nicht einfach nur darauf wartet dass die zeit umgeht aber mal sehen wie sich das in zukunft weiter maus hat und was dafür neue ebenen eventuell noch eingezogen werden also soweit von realen revolutions und zum nächsten spielen